Slowakischer Regierungschef Fiko nach Attentat außer Lebensgefahr Der slowakische Regierungschef Robert Fiko befindet sich glücklicherweise außer Lebensgefahr, nachdem auf ihn ein Attentat verübt wurde. Dieser Vorfall hat die politische Landschaft in der Slowakei erschüttert und internationale Reaktionen ausgelöst. In diesem umfassenden Bericht beleuchten wir die Einzelheiten des Anschlags, die Konsequenzen für die slowakische Politik und die Reaktionen der internationalen Gemeinschaft. Die Ereignisse des Attentats. Am frühen Abend des 14. Mai 24 ereignete sich ein Schusswaffenangriff auf den slowakischen Premierminister Robert Fiko in der Hauptstadt Bratislava. Fiko befand sich im Regierungsviertel, als er plötzlich unter Beschuss geriet. Sicherheitskräfte konnten den Premierminister schnell evakuieren und in ein nahegelegenes Krankenhaus bringen, wo er sofort notoperiert wurde. Laut den behandelnden Ärzten ist Fiko mittlerweile stabil und außer Lebensgefahr. Der Täter, ein bisher unbekannter Mann, wurde kurz nach dem Angriff von den Sicherheitsbehörden festgenommen. Die Identität des Angreifers und seine Beweggründe sind derzeit Gegenstand intensiver Ermittlungen. Die slowakische Polizei arbeitet eng mit internationalen Sicherheitsbehörden zusammen, um den Vorfall umfassend aufzuklären. Politische Reaktionen und nationale Sicherheitsmaßnahmen. Der versuchte Mord an Premierminister Fiko hat eine Welle der Entrüstung und Besorgnis in der slowakischen Nation ausgelöst. Präsidentin Zuzana Czaputova verurteilte den Angriff aufs Schärfste und rief zur Ruhe und Besonnenheit auf. In ihrer Rede vor dem Parlament betonte sie die Notwendigkeit, die Demokratie und die Freiheit vor Gewaltakten zu schützen. Dieser Angriff richtet sich nicht nur gegen Robert Fiko als Person, sondern gegen die Grundlagen unseres demokratischen Staates. Wir müssen nun enger zusammenstehen und entschlossen handeln, um unsere Werte zu verteidigen und stabil zu halten. Präsidentin Zuzana Czaputova. Im Zuge dieser Ereignisse hat die slowakische Regierung eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Die Polizeipräsenz in öffentlichen und politischen Einrichtungen wurde verstärkt. Zudem werden alle öffentlichen Auftritte hochrangiger Regierungsmitglieder vorübergehend unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Auch wurden mehrere Spezialkräfte angefordert, um die Ermittlungen und den Schutz zu gewährleisten. Hintergrund und politische Landschaft. Robert Fiko ist eine zentrale Figur in der slowakischen Politik. Er ist Vorsitzender der Partei Smer SD Richtung Sozialdemokratie und hat bereits mehrfach die Rolle des Premierministers bekleidet. Unter seiner Führung hat die Slowakei bedeutende politische und ökonomische Veränderungen erlebt. Fiko polarisiert jedoch auch und seine politischen Entscheidungen stoßen oft auf heftige Kritik, sowohl im In- als auch im Ausland. In den letzten Jahren war die slowakische Politik geprägt von großen Herausforderungen. Korruptionsskandale und interne Konflikte innerhalb der regierenden Koalitionen haben das Vertrauen der Bevölkerung in die politische Elite erschüttert. Der Anschlag auf Fiko könnte diese Spannungen weiter verschärfen und die oppositionellen Kräfte stärken. Internationale Reaktionen. Der Anschlag auf den slowakischen Premierminister hat auch international für Aufsehen gesorgt. Europäische und internationale Führungspersönlichkeiten äußerten ihre Besorgnis und sprachen ihre Solidarität mit Fiko und der slowakischen Bevölkerung aus. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, der Angriff auf Robert Fiko ist ein Angriff auf die Werte und Prinzipien, die unsere europäische Gemeinschaft ausmachen. Wir stehen in diesen schwierigen Zeiten fest an der Seite unseres slowakischen Freundes und Kollegen. Ursula von der Leyen. Auch weitere Staats- und Regierungschefs weltweit drückten ihre Unterstützung aus und boten Hilfe bei den Ermittlungen an. Die NATO und EU haben zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen angekündigt, um ihre Mitglieder vor ähnlichen Bedrohungen zu schützen. Untersuchung und rechtliche Schritte. Die sofort eingeleiteten Ermittlungen konzentrieren sich zunächst auf die Identität und die Hintergründe des Angreifers. Es soll untersucht werden, ob er alleine gehandelt hat oder Teil eines größeren Plans ist. Erste Berichte deuten darauf hin, dass der Angreifer politisch motiviert sein könnte, was die Sicherheitslage in der Slowakei weiter verkomplizieren würde. Slowakische Sicherheitsbehörden erhalten dabei Unterstützung von Europol und Interpol, um grenzüberschreitende Zusammenhänge und Netzwerke besser aufdecken zu können. Parallel dazu wird das slowakische Parlament über verschärfte Sicherheitsgesetze debattieren, um künftig die Sicherheit von Regierungsmitgliedern und öffentlichen Einrichtungen besser garantieren zu können. Besonders im Fokus steht die Frage nach der Wirksamkeit der bisherigen Sicherheitsmaßnahmen rund um die politischen Führungskräfte. Es wird untersucht, ob es Versäumnisse oder Pannen gab und wie diese in Zukunft verhindert werden können. Ferner prüft die Regierung den Zustand des informellen Sicherheitsapparates und die Notwendigkeit langfristiger Reformen, gesellschaftliche Auswirkungen und Ausblick. Der Mordanschlag auf Premierminister Fico hat eine tiefe Erschütterung in der slowakischen Gesellschaft verursacht. Neben der allgemeinen Betroffenheit zeigen sich auch wachsende Spannungen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Während viele Bürger ihre Solidarität mit Fico und seiner Familie ausdrücken, gibt es auch kritische Stimmen, die das Regierungsverhalten monieren und langfristige Veränderungen fordern. Mit Spannung wird die weitere Entwicklung in der slowakischen Politik beobachtet. Viele Experten sind sich einig, dass der Anschlag weitreichende Folgen für die Innenpolitik haben wird. Denkbar sind sowohl eine Stärkung der Regierung durch Sympathiebekundungen und solidarische Unterstützung der Bevölkerung, als auch ein Anwachsen der Opposition durch Kritik am Sicherheitsversagen und mögliche Versäumnisse der aktuellen Regierung. Insgesamt wird es von der kommenden Regierungssitzung und den daraus resultierenden Entscheidungen abhängen, wie die slowakische Politik in den kommenden Wochen und Monaten aussehen wird. Die internationale Gemeinschaft bleibt wachsam und wird die Entwicklungen genau verfolgen, um gegebenenfalls unterstützend einzugreifen. Schlussgedanken. Der Anschlag auf Robert Fico stellt eine Zäsur in der slowakischen Politik dar und ruft die internationale Gemeinschaft zur Einheit und Wachsamkeit auf. Es bleibt zu hoffen, dass Premierminister Fico bald vollständig genesen wird und sich die Lage in der Slowakei stabilisiert. Die kommenden Wochen werden kritisch sein für die Neuausrichtung der politischen Landschaft und die Gewährleistung der nationalen Sicherheit. Anita Fahake, Donnerstag, 16. Mai, 24.